Hallo und herzlich willkommen live vom Nürburgring vom 24-Stunden-Rennen zusammen mit 4Motors habt ihr heute die Gelegenheit hinter die Kulisse zu schauen. Neben mir steht Patrick. Patrick, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor, dass die Zuschauer wissen, wer du denn überhaupt bist und welche Position du neben dem Team hast. Hallo, ich bin der Patrick. Mir gehört, oder ich bin Inhaber von BNS Motorsport. Wir machen den Technikpart für 4Motors und Mechaniker bin ich aber auch noch. Ich leite auch noch das Einsatzteam für Reparaturteam. Patrick, sag mir, was hat dieses Auto, was andere Autos nicht hat? Okay, also wir haben hier einen 991 Cup 2. Der ist erstmal komplett gleich wie jeder andere, nur wir fahren mit einem E20 Kraftstoff. Dafür ist der Motor abgestimmt worden. Es sind aber nur Feinheiten. Dann fahren wir zudem noch ein re-raffineriertes Motorenöl, das aus Altöl gemacht wird. Und das haben wir als Versuchsträger. Ist im Motor und Getriebe drin, funktioniert auch strein. Dazu haben wir noch Bio-Teile, also Bio-Handfaser-Türen. An diesem Auto, jetzt nur am anderen, hat man noch Haube, Stoßstangen. Da wird alles aus dem Bio-Verbundfahrstoff gemacht. Das ist der Unterschied zu anderen normalen Cup-Fahrzeugen. Du hast jetzt gerade erzählt, dass hier den Bio-Kraftstoff E20 tankt. Hat das irgendwelche Nachteile zwecks Leistung? Nee, also der Bio-Kraftstoff hat eigentlich gar keine Nachteile. Eigentlich nur Vorteile. Wenn man das Auto dafür abstimmt, also die Motorsteuerung, hat man sogar mehr Leistung. Und sonst ist es minimal weniger in einem normalen Fahrzeug. Aber man fährt sowieso mit Restriktor, dann ist das nicht so schlimm. Aber es funktioniert ab und los. Mit ES-20. Ja, also wir sind gerade dran und versuchen das Setup noch ein bisschen anzupassen. Und die Reifentemperaturen haben wir im Auge, Luftdruck. Wir versuchen halt das ganze Auto jetzt auf die Streckengegebenheiten anzupassen. Und zusätzlich versuchen wir jetzt gerade noch einen guten Slot zu erwischen, wo wir noch eine schnelle Runde fahren können, wo wenig Verkehr ist. Um einfach jetzt nochmal eine gute Zeit rauszuhauen. Aber aktuell geht es erstmal eigentlich auch ums Setup. Neben mir steht Dominik. Dominik, erzähl ganz kurz deine Position im Team. Ja, meine Position ist hier im Team Karchief für den GT4. Das heißt, ich betreue das Auto komplett das ganze Wochenende. Das heißt, ich funke mit den Fahrern während dem Rennen. Ich kümmere mich hier auf den Monitoren quasi um die Position vom Auto. Ich gucke, dass wir einen guten Slot erwischen, um einfach eine freie Runde zu kriegen für die Fahrer. Außerdem teile ich hier meine Crew ein, informiere die, wann wir den Boxenstopp machen. Und ich kümmere mich hier halt einfach 24 Stunden um das Auto. Sehr gut. Qualifying ist zu Ende. Seid ihr zufrieden mit dem Ergebnis, wie ist Ihnen ausgefallen? Ergebnis war sehr gut. Wir haben mit dem GT3 Position 39, also Top 40, das ist schon richtig gut mit dem Auto. Und das andere Auto haben wir auch relativ gut positioniert. Da haben wir relativ viel getestet. Wir haben im Setup gearbeitet und haben jetzt einfach versucht, ein konstantes Setup auszufahren, dass wir wirklich schön über die 24 Stunden die Reifen perfekt nutzen können. Luft hoch, Reifentemperatur und Setup, das spielt halt einfach eine große Rolle, gerade bei diesen Cabriolen hier, die wir in der Alpen mit dem Wetter haben. Und ich denke, da sind wir für morgen bestens gerüstet. Viel Glück für morgen und vielen Dank für das Interview. Gerne. Wir haben jetzt noch einen kleinen Abstecher zur Driftshow gemacht. Leute, seid auf jeden Fall gespannt, was diese verrückte Jungs uns gleich zeigen werden. Tag 1 neigt sich langsam dem Ende zu. Das Qualifying war super, die Tripshow war geil. Es war hier eine super Atmosphäre und wartet einfach mal ab auf die nächsten zwei Tage. Ihr könnt gespannt bleiben, was da noch alles zu sehen gibt. Guten Morgen alle zusammen. Wir sind bereit für Tag 2, doch zuallererst geht's zur Fahrerpräsentation. Wir ernähren uns immer mehr dem Rennen. Jetzt geht's zuallererst zur Startausstellung und wir werden erstmal unser Team suchen. Neben mir steht Tommi. Tommi, sag doch mal, bist du aufgeregt? Wie hast du dich fürs Rennen vorbereitet? Ja, aufgeregt ist man schon ein bisschen. Vorbereitung ist natürlich viel Onboard-Aufnahmen schauen. Auch von letztem Jahr vom Start, dass man einfach weiß, welche Situationen sich so auftun könnten. Aber ja, im Endeffekt einfach cool bleiben, den Start, so fahren wie immer, ist halt immer situationsabhängig. Und dann schauen wir mal, dass wir das Beste draus machen. Sehr gut, ich wünsche dir ganz viel Glück. Danke schön. Viel Spaß euch. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Der erste Sinn war cool, der Start hat Spaß gemacht, ging schön eng zur Sache, aber ich bin ganz gut durchgekommen, hatte dann eine schwierige Situation in Matzenbach, weil da ein Unfall vor mir war, hat den KTM weggedreht und jetzt quasi wieder zurück auf die Ideallinie gerollt, sodass ich dann im letzten Moment noch vorbeigezogen konnte und durch die Wiese gefahren bin. Da habe ich dann leider drei Plätze verloren und dann hing ich da ein bisschen fest, aber ich konnte die dann alles schnappen in dem Stint und am Ende auch noch ein bisschen frei noch, ja, Bogen gut machen, dann die Viper noch überholen können und ja, Abplätze gut machen können, also von der Pace ganz gut und noch schön nach vorne gekommen, passt so weit. Neben mir steht Carrie. Carrie, stell dich doch mal bitte kurz vor. Ja, hallo, ich bin die Carrie Schreiner, ich bin 20 Jahre alt und ich bin hier jetzt fürs 24 Stundenrennen und ja, starte in einem Golf TCR GD. Ja, ich bin seit zehn Jahren im Motorsportaktiv und jetzt auch seit fünf Jahren im Automobilsport. Ich bin am Anfang meiner Karriere zwei Jahre Formel 4 gefahren, dann zwei Jahre Lamborghini Supersport. Und seit diesem Jahr bin ich im GT3 Sport, unter anderem in der ADATGT Masse und was noch unterwegs. Sehr gut, vergleich jetzt, 24 Stundenrennen in Nürburgring, kannst du da schon irgendwelche Schlüsse ziehen? Ja, es ist noch schwer, weil ich noch nicht alles mit erlebt habe, deswegen ist es für mich da noch schwer, eine Aussage darüber zu treffen. Aber was ich schon mitbekommen habe, die Atmosphäre hier, die kann man mit gar nichts auf dieser Welt vergleichen, das ist echt krass. Die Fans und auch alle Fahrer, das ist irgendwie, ja, wie ein großes Festival. Das ist halt echt cool und es macht echt Spaß, hier zu sein. Carrie, was ist das Besondere an eurem Team? Ja, das Besondere an unserem Team ist, dass wir nur Mädchen sind, also nicht nur die Fahrer, weil das hat sehr oft gegeben, sondern auch alle Mechaniker, Ingenieurinnen, egal ob es Reifen ist, Orgas, sind alles Mädchen. Das ist ziemlich cool und das hat es auch noch nie gegeben vorher. Ja, wirklich cool. Endlich gibt es sowas. Wenn man da gesagt hat, so, wir haben eine Ankunftsphase und ich den neuen 11er-Pass für Kuhn hinter uns zu krass. Ja, zweiter Sint jetzt für mich, ging in die Dämmerung, war richtig geil zu fahren. Das Auto ist super, wir sind jetzt ein Doppel-Sint gefahren mit dem Reifen, der drauf war. Also Balance Top ist leider sehr viel los auf der Strecke, es gab auch einige heftige Unfälle. Hoffe ich natürlich, dass da niemand zu Schaden gekommen ist. Aber ansonsten, für uns läuft es gut. Wir kommen gut durch, haben eine gute Pace und ich denke, das wird gut werden. Oh! 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 hier ist der Katz während der Fahrt abgebrochen. Er stand für 10 Minuten in der Box, alles wurde Gott sei Dank den Jungs wieder repariert, so dass wir zum Glück so 10 Minuten Verzögerung hatten und der Porsche weiterfahren konnte. Viel Glück weiterhin. Ja, GT4 ist leider verunfallt. Nachdem ich den Doppelzins gefahren bin, hatte der Fahrer nach mir leider eine Kollision mit einem anderen Fahrzeug. Hauptsache ihm ist nichts passiert. Das Auto ist leider nicht reparabel, so dass das Rennen jetzt leider gelaufen ist für uns. GT3 ist noch unterwegs, sind auch noch ganz gut platziert. Ich glaube momentan noch 30 oder 31 und jetzt drücken wir natürlich dem MGT3 den Daumen. Ein spannendes Wochenende. Beim 24 Stunden Rennen am Nürburgring geht es zu Ende. Wir können super stolz auf unsere Jungs sein. Gestartet mit der Position 39, angekommen im Ziel Position 22, da sind wir jetzt noch ein paar Jahre alt. Das Bio-Konzept hat auf jeden Fall funktioniert. Gesamtsieger in der AT-Klasse und 22. Position, wie gesagt, beim 24 Stunden Rennen am Nürburgring. Wir lassen den Abend jetzt noch mit unserem Team ausklingen und wir sehen uns beim nächsten Mal.